Was führt zu plötzlichen Sehverlust? Plötzlicher Sehverlust kann aus verschiedenen Gründen auftreten, und die meisten Ursachen für plötzlichen Sehverlust sind schmerzlos. Dazu gehören Schlaganfall, Gehirntumore, Verletzungen des Gehirns, Netzhautablösung und feuchte Makuladegeneration. Gerinnsel und venöse Verstopfungen im Auge können ebenfalls zum plötzlichen Verlust der Sehkraft beitragen. Der retinale Venenverschluss und der retinale Arterienverschluss sind zwei Ursachen für den Verlust des Sehvermögens im Zusammenhang mit Kreislaufproblemen im Auge. Der Verschluss der Netzhautarterie tritt im Allgemeinen auf, wenn ein Blutgerinnsel eine der Arterien blockiert, die die Netzhaut des Auges mit Blut versorgen. Ein dauerhafter Verlust der Sehkraft kann auftreten, wenn der Verschluss der Netzhautarterie nicht sofort behandelt wird. Die meisten Ärzte glauben, dass eine Notfallbehandlung notwendig ist, um dauerhafte Netzhautschäden zu vermeiden. Ein retinaler Venenverschluss tritt auf, wenn die zentrale Retinavine, die dazu beiträgt, desoxygeniertes Blut zurück in die Lungen und das Herz zu bewegen, blockiert wird. Diese Art der Okklusion hat normalerweise andere Ursachen als Embolien, und nur etwa ein Drittel der Patienten erholt sich durch Behandlung wieder. Amauroses fugax ist eine Augenkrankheit, die am häufigsten bei geriatrischen Patienten mit Gefäßerkrankungen auftritt. Amauroses fugax bewirkt, dass winzige Blutgerinnsel die Blutgefäße im Auge blockieren. Diese Gerinnsel lösen sich oft von selbst auf und stellen die Sicht wieder her. Personen mit dieser Erkrankung haben jedoch ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall und einen ernsthafteren Augenverschluss. Die Netzhautablösung kann einen plötzlichen Verlust der Sehkraft verursachen, obwohl der mit der Netzhautablösung verbundene Sehverlust oft über einen Zeitraum von wenigen Tagen langsam auftritt. Personen, bei denen eine traumabedingte Netzhautablösung auftritt, können einen plötzlichen Sehverlust erleiden. Schlaganfälle, Tumore und andere neurologische Zustände können einen plötzlichen Verlust der Sehkraft verursachen, wenn sie den Teil des Gehirns beschädigen, der für die Interpretation visueller Signale verantwortlich ist. Sehstörungen im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen sind möglicherweise nicht vollständig. Bei Patienten treten möglicherweise blinde Flecken auf oder sie verlieren ihr peripheres Sehvermögen. Bei manchen Patienten tritt in beiden Augen ein Verlust des inneren oder äußeren Gesichtsfeldes auf. Ein Makulalloch oder eine Degeneration des für das zentrale Sehen verantwortlichen Teils der Netzhaut kann einen plötzlichen Sehverlust verursachen. Die Ärzte verstehen noch nicht alle Ursachen für Makulallöcher, aber Blutungen im Auge sind mit einbezogen. Der mit diesem Zustand verbundene Sehverlust ist im Allgemeinen nicht vollständig, kann jedoch blinde Flecken im Zentrum des Sehvermögens eines Patienten erzeugen. Beide Augen können betroffen sein, obwohl die Experten den Grund noch nicht verstehen. Blutungen im Auge, unabhängig davon, ob sie mit einer dauerhaften Schädigung der Augenstrukturen verbunden sind oder nicht, können einen plötzlichen Sehverlust verursachen. Bestimmte Zustände, einschließlich Netzhautrisse, Makuladegeneration oder Diabetes, können das Risiko für solche Blutungen erhöhen. Verletzungen der Hornhaut können auch einen plötzlichen Verlust der Sehkraft verursachen. Solche Verletzungen sind normalerweise schmerzhaft, und die meisten Patienten können den Verlust des Sehvermögens bereits vor einer medizinischen Behandlung mit einer Hornhautverletzung in Verbindung bringen.